Ich versteh dich nicht. Ich muss jetzt meinen Hund holt retten. Um das Video zu haben. Ich versteh dich nicht. Ich muss jetzt meinen Hund holt retten. Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Kurz bevor das Ganze los, gedenkt dran. Es gibt aktuell noch den Merch im Shop, aber wir werden bald wahrscheinlich neun mal springen. Das heißt, das ist nicht mehr lange drin. Checkt doch mal den Shop ab. Und jetzt wünsche ich euch sehr viel Spaß mit diesem Video. Hallo. Hallo Let's Player 2003. Den Jäger herabgegriffen. Ja, ich bin der abgegriffen. Ich zeige dir meine Frage an Sie. Ja, okay. Was kann ich denn? Sie machen ja auch ihr Top. Du machst YouTube? Sie machen ja auch ihr Top. Ich mache YouTube, ja das stimmt. Danken Sie mich für's Boosten. Ich gebe Ihnen auch für 50 Euro Pech. Ich soll ich Boosten auf YouTube meinst du jetzt oder was? Ja. Du nimmst mir das nicht übel, aber ich nehme dich mit Leuten auf, die ich jetzt erst so ganz kurz kenne, weißt du? Aber, aber, aber ich gebe dir 50 Euro. Und du geräumst ja gar nicht so gut. Also. Nee. 100 Euro vielleicht? Nee. Ich möchte nicht. Würdest du vielleicht was für meine Schöne aufnehmen? Ich gebe dir auch 13,50 Euro. Wie bitte? Würdest du vielleicht auch was für meine Schöne aufnehmen? Ich möchte nichts aufnehmen für dich. Aber, aber... Du bist auch total... Total komisch gerade. Ist alles okay mit dir? Ja, was hast du denn? Ich bin doch ganz normal. Ja, okay. Du, ich... Ich hab doch... Ich hab doch auch... Nein, mal kurz in der Sache. Ich möchte mit Leuten aufnehmen... Ich hab ja auch mal meinen YouTube-Sanal für 10.000 Abonnenten. Push gegen Push. Ich geb dir 5.000... Du, nimm mir das nicht übel, wenn Leute einfach so fragen, ob ich sie aufnehmen können mit mir. Ich möchte mit Leuten aufnehmen, die ich cool finde oder die ich schon länger kenne. Ich will ja nicht aufnehmen. Ich will ja nicht aufnehmen. Ich will ja, dass du in deinem Video sagst, das ist ein toller YouTuber. Und mir dann pusht. Und ich dir 50 Euro pro Video gebe, pro Erwähnung. Ich möchte dich aber nicht pushen. Wie du nicht. Möchte ich nicht. Nur weil ich so komisch spreche? Nein, nicht weil du komisch sprichst, weil ich möchte einfach... Bist du ein kleiner Rassist? Wie so ein Rassist? Ja. Kann ich aber was gehen mit, weil ich so komisch spreche oder was? Nein, hab ich nicht. Ich möchte einfach... Ja, ja, ja. Immer das jetzt... Nein, das hat nichts damit zu tun, wie jemand spricht. Das Ding ist... Ich sage dir aber alle. Nur wenn wir mich aufnehmen. Nein, verstehe mal. Das Ding ist folgendes. Ich möchte nicht jemanden pushen, den ich nicht kenne. Warum soll ich das machen? Ich kann nicht mehr mich kenne. Ähm, möchte ich aber gar nicht so genau. Also ich finde so ein Angebot ein bisschen unnumoralisch, weißt du? Ich hab da gar nicht so Lust zu. Aber... Aber ich gebe dir Geld dafür. Ja, das ist mir egal. Und ich pusze... Wie bitte? Und ich pusze dich mit meinen Schenken, aber wenn du mich mit 315... Ich möchte nicht geboostet werden, okay? Ich möchte nicht geboostet werden, ja? Mach doch einfach die Videos, weil es dir Spaß macht oder so. Nein, ich schaff auch nicht kurz. Ist alles okay mit dir? Ich muss kurz was trinken. Du, ich hoffe, du hörst mich gerade noch. Ähm, ich... Ich weiß nicht, warum du das zuvor er dich hochgeschickt hast. Ja, bitte. Ich muss was trinken. Meine Zunge. Hast du dich an der Zunge verletzt oder was? Nein, du hörst doch, dass ich nicht gut sprechen kann. Und meine Zunge kacke ich euch aus. Äh, ja, ich muss trinken, weil ich euch nicht meine Zunge komplett groß. Ich hab mich da... Ich hab mich da... Allergische Reaktion. Ja, vielleicht solltest du wiederkommen, wenn du nicht diese allergische Reaktion hast, weißt du? Nein, nein, nein. Ich hab... Ich hab eine Haare-Nuss gegessen. Und lange... Ja, man versteht dich leider gerade nicht besonders gut, verstehst du? Die Schokolade abgekratzt. Meine Zunge ist griechig geworden. Ja, also... Schön, dass du eine Nuss-Allergie hast, aber vielleicht solltest du herkommen, wenn du ein bisschen deutlicher reden kannst. Aber ich... Ich hab das jetzt gerade so verstanden, dass du gerne gepusht werden möchtest von mir. Und ich muss dir sagen, das mach ich nicht so einfach. Verstehst du? Ich mach auch nicht... Auch gerade... Gerade weil du mir Geld gibst, möchte ich das nicht machen. Verstehst du das? Okay, ich hab kein Geld. Ja. Ja, ich möchte nicht, okay? Ich wünsche dir doch viel Erfolg auf YouTube. Ich wünsche dir... Halt, halt, halt. Wie viel Geld... Wie viel Geld... Nein, nein, kein Geld. Kein Geld. 2.000. Nein, kein Geld. Nein. Hör auf. Red nicht weiter über sowas. Möchte ich nicht. 2.000. Nein, lass mir in Ruhe. Wer tauschen? Nein, ich möchte nicht. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich mach... Ja, das meinst du eh nicht ernst. Ich möchte nicht, okay? Ich geb dir höchst 1.000 Euro. Nein, ich möchte nicht mit Ruhe. Ich möchte einfach nicht. Ich möchte einfach nicht. Nein, ich möchte nicht. Lass mir in Ruhe. Wollte, du hast ein Verschritt, du hast gar nicht rum. Wie verscheidst du? Wieso? Ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Weißt du? Darf ich, darf ich, darf ich... 1.000 Euro. Ich muss was trinken. Ich muss was trinken. Ja, trink mal lieber was. Trink dir von lieber was. Oh Mann, wo ist der letzte Spieler jetzt? Eli. Nein, reicht für eine Frage. Würde ich mich cool finden, wenn ich YouTube-Video hochheide, wo meine Zunge aus meinem Mund raushängen, wenn sie gespuckt ist? Nein, das glaube ich nicht, dass das cool ist. Du, ähm, ich wünsche viel Spaß auf deinem Kanal, ja, aber... Aber bitte, 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 bitte. Ich habe auch so eine lange Zunge wie meine Scheibe und die ist so lang wie... Das ist schön für deine Zunge, aber... Oh mein Gott, ich kann es nicht mehr. Das ist voll eklig. Ich will das gar nicht wissen. Ich dachte, da kann ich dich bestrechen. Bitte, muss ich mich. Ich muss meinen Hund hochtreten. Und darf ich auf die Kamera hochfahren. Ich verstehe dich nicht. Ich muss sonst meinen Hund hochtreten. Und das ist jetzt so hochfahren. Du musst sonst deinen Hund treten, wenn ich dich nicht gut schaffe. Du treten. Nein, musst du nicht. Doch. Nein. Das bring ich dich. Und Fame. Nein, nicht treten. Ich brauche Fame. Ich brauche Fame. Ich brauche Fame für Jusup. Ich will die mit zusammen. Du musst deinen Hund nicht treten. Ich werde dich tot treten, wenn du mich nicht brüchstest. Man versteht kaum was, aber... Ich werde den Hund treten. Du sollst den Hund nicht treten. Nicht den Hund treten. Ich schreibe es dir. Ja, schreib ruhig. Aber... Ich werde ihn tot treten. Nein, du musst den Hund nicht tot treten. Nein, hör auf, den Hund zu treten. Was auch. Kannst du mir jetzt erzählen, was du willst? Ich will kein Geld von dir und ich will auch nicht, dass du deinen Hund trittst. Ja, also... Geh einfach weg hier. Okay. Was? Nein, nicht den Hund treten. Hör auf, den Hund zu quälen. Bitte. Lass den Hund in Ruhe. Ja? Versprochen, dass du den Hund in... Oh, hier ist ein Feuer, wenn man frett... Oder mit dem Feuerwehrmann... Warte, warte. Ich krieg nicht den Hund. Ich krieg nicht den Hund. Ja, bitte. Ich krieg nicht den Hund. Nein, nicht den Hund. Nicht den Hund. Ich träg ihn nicht. Ich träg ihn nicht. Wenn... Nicht treten, ja. Wenn du mich boostest, ich werde... Nein, ich werde dich nicht boosten. Halt! Ich werde dich nicht boosten. Nein, ich möchte kein Geld. Lass mir in Ruhe. Ich glaube dir eh nix. Ich werde dich 2.000 Euro und du erlösen kannst. Egal, was du mir jetzt gerade erzählst. Du wirst erstens deinen Hund eh nicht schlagen und zweitens wissen wir auch keine 10.000 Euro spenden. Also lass mich in Ruhe, ja? 2.000. 3.000. Ja, auch nicht 2.000 Euro spenden. Ich geh mal lieber was zum Arzt mit deiner Zunge, ja? Wenn ich mich, würde er nicht sterben. Ich war zum Arzt mit deiner Zunge, ja? Nein! Ich war schon beim Arzt. Ich hab mir selber gegeben, die schmeckt ekelhaft. Die schmeckt nach... Die schmeckt nach Wunderkohl. Ja, schön, dass du weißt wie das schmeckt. Du, ähm... Aber bitte, bitte booste mich, bitte. Nein, ich booste dich nicht. Mach doch einfach ein paar Videos, vielleicht bringt das was. Mach doch einfach coole Videos oder so. Weißt du? Mach ich doch. Ja, dann mach doch weiter damit. Aber die sind auch mal... Wie viel, wie viel Zuschauer hast du denn? Ich habe, ich habe 10.000 Euro hinten. 10.000 hast du schon? Ja, aber... Ja, schau, das ist doch schon mal, das ist doch jede Menge, oder hast du doch bald vielleicht schon 20.000? Aber, 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 aber... 5,5,5 Videos. Man muss auch irgendwann mal zufrieden sein, verstehst du? Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Because, Bibi, du jetzt... Ja, aber ich habe doch auch nicht so viel aufrufen, Bibi. Ja, die haben keine... Die haben keine Arbeit in den Videos. Und die haben auch eine Million. Doch, die haben auch Arbeit mit den Videos, die müssen auch Videos machen. Was denn? 5 mal Waren schalten? Ja, vielleicht geben dir sie nicht mehr so viel Mühe, das weiß ich nicht, aber... Du... Mach einfach deine Videos weiter und dann irgendwann wird es schon klappen bei dir. Aber, aber, aber... Das heißt, du bist jetzt 14, oder so. Aber ich brauch das Geld für alles Mögliche. Für Spiele, für Modelle, für Kontome, für Modelle, für alles. Ja, ist, ist okay, ähm... Für Kameras. Kommt vielleicht besser wieder, wenn du deine Zunge geregelt hast, ja? Nein, 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 nein. Und für Speichership, für die Kamera. Für, für KFG. Wenn du mir die Kamera schaffst. Wie wär's, wenn du einfach ein bisschen mehr Videos machst, ja? Okay, tschüss. Ich lade doch deine Videos die Woche hoch. Tschüss. Du hast es noch ein bisschen nicht. Was, was kann ich dir noch helfen, irgendwie? Boots zu mich. Nee, tut mir leid, gar nicht, nee. Tschüss. Ich lade dir auch einen schönen Tag. Hab ich nicht verstanden. Tschüss. User was moved out of your channel. Mein Gott. Das war's fantastisch. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte der eine Allergie. Deswegen klang er so komisch. Aber wollte, dass ich ihn pushe für entweder 2000 Euro, oder dass er nicht seinen Hund schlägt. Das war natürlich das beste Angebot, Leute. Was kann man sich mehr wünschen als YouTuber? What the fuck? Schreibt auch mal in die Kommentare. Habt einen sehr schönen Tag. Haut rein und tschüss.